Hallo und herzlich willkommen auf der Industry Forward Expo. Mein Name ist Leopold Bochtler und mein nächster Gast auf der Industrial Automation Stage ist Michael Bautz, Produktmanager-Cabinet bei Lütze. Hallo Michael. Hallo Leopold. Hallo zusammen. Bevor du gleich mit deinem Vortrag zum Thema energieeffiziente Klimatisierung in kompakten Schaltschränken anfangen kannst, so viel von mir. Michael, du kannst loslegen. Ja, auch ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen und freue mich sehr, heute über das Thema energieeffiziente Klimatisierung im kompakten Schaltschränk zu referieren. Die Friedrich-Lütze GmbH sitzt in der Nähe von Stuttgart in Weinstadt im schönen Remstal und wir beschäftigen uns nicht nur mit Vertragungssystemen, sondern auch mit Leitungen, Konfektionen und auch Kontrollprodukten wie Lastüberwachung und Netzgeräte. Genau, also ich verantworte das Produkt, das Produktbereich Cabinet, alles was mit Vertragungssystemen und auch den Airplon zu tun hat. Ja, meine heutigen Themen gehen in erster Linie mal kurz über die Theorie, werde dann in die Praxis einsteigen und ein bisschen zeigen, was wir auf der einen Seite geforscht haben, aber auch direkt vor Ort beim Kunden gemessen haben und am Schluss auf das Thema Einsparpotenziale noch eingehen. Zum Beginn die Theorie. Erstmal, was ist ein Vertragungssystem? Ein Vertragungssystem ersetzt eins zu eins die Montageplatte. Wir sind mittlerweile im Airstream in der fünften Generation, also seit 50 Jahren, haben wir das Produkt weiterentwickelt und die Vertragung ist im hinteren Bereich, deswegen nennen wir den Vertragungsbereich und der Komponentenbereich ist im vorderen Bereich und vielleicht ganz wichtig bei der Vertragung, die ist ausschließlich von vorne, also ich muss nicht mehr an den Rahmen oder an den Schrank in den hinteren Bereich hin, sondern ich kann alles von vorne tun. Unsere Hauptthemen sind zum einen die Einsparungen in der Vertragungszeit, was ich mit dem Vertragungssystem erzeugen kann, zum anderen aber auch das Thema besseres Klima in dem Schaltschrank zu erzeugen durch eine gezielte Luftführung um den Rahmen drumherum, Hotspots reduzieren, also auch das Thema Nachhaltigkeit. Der Ursprung war die Platzersparnis, durch das Wegfallen der Kabelkanäle haben wir es geschafft, bis zu 30 Prozent an Platz in dem Schaltschrank zu erzeugen. Ja, jetzt habe ich schon von dem Airstream gesprochen. Wir unterscheiden zwischen Airstream und Airstream Kompakt. Der Airstream ist quasi der große Rahmen mit einem Bügelsystem, also letztendlich unterscheiden sich die zwei eigentlich nur im hinteren Bereich. Bei dem Bügelsystem arbeiten wir in Standschränken und im Kompaktbereich, also mit Kompaktgehäusen, da arbeiten wir mit einem Stützersystem. Im vorderen Bereich, also im Komponentenbereich, ist alles gleich, also da habe ich die gleichen Zubehörkomponenten, kann auf beiden Seiten gleich flexibel umbauen, nachrüsten und mir mein Vertrahtungssystem so gestalten, wie es für mich zum Arbeiten am einfachsten ist. Dann kommen wir erstmal zu der Problemstellung. Letztendlich der Platzbedarf an den Anlagen vor Ort, in den Schaltschränken wird immer geringer, immer mehr und mehr Elektronikkomponenten kommen in die Schaltschränke rein, was natürlich dann im Schrank schon für Platzprobleme sorgt, aber auch der Platz am Aufstellort ist sehr, sehr teuer. Von daher versucht man auch die Maschinen immer platzsparender aufzubauen. Des Weiteren sitzen teilweise auch Komponenten in Strömungstotgebieten, das heißt, man kann sich einen Schaltschrank vorstellen wie eine Sauna, die warme Luft steigt nach oben, bei einer Sauna ist es im unteren Bereich meistens etwas angehender, immer zum Sitzen, wo viele Menschen mögen das auch richtig heiß, dann geht man eher auch in die oberen Etagen der Sauna und genauso verhält sich ein Schaltschrank. Und wenn ich natürlich hier auch keine Luft in den Schaltschrank reinbringe und die wieder absauge, gibt es Ebenen, wo vielleicht Komponenten nicht mit der entsprechenden Temperatur versorgt werden, die sie eigentlich benötigen. Dann gibt es das Thema Luftblockkarten durch Kabelkanäle, also bei einem konventionellen Aufbau von der Montageplatte habe ich eine Kabelkanäle inzwischen, wo meine Leitungen geführt werden und die fungieren dann eher wie eine Mauer, also die Luft kann nicht nach oben strömen in der Thermik, sondern da könnte sich zwischen Komponenten und Kabelkanälen ein Luftstau erzeugen und somit ein Hotspot. Die Folgen sind, dass dadurch Komponenten ausfallen können, die leiden dann oft an einem Hitzestress. Das führt dann oft auch zu einem Produktionsausfall oder Maschinenstillstand. Und auf der anderen Seite natürlich, wenn ich mehr Energie in den Schaltschrank reinbringen muss, treibe ich natürlich meine Energiekosten nach oben und erzeuge auch einen höheren CO2-Aufstoß. Letztendlich der wichtigste Punkt zum Einstieg ist der Aufstellort und die Umgebungstemperatur. Wo ist mein Schaltschrank platziert? Steht er direkt an der Anlage? Ist er in der Anlage integriert? Oder ist es ein freistehender Schaltschrank? Also umso weniger Flächen ich zur Verfügung habe, umso weniger Temperaturaustausch kann zwischen den einzelnen Oberflächen fungieren. Auf der anderen Seite natürlich auch die Temperatur, die von außen auf den Schaltschrank einwirkt. Man merkt es ja auch, über die Jahreszeiten hinweg verändern sich die Temperaturen. Und natürlich, wenn ich den Schaltschrank als eine Heizung betrachte und von außen kommt zusätzlich auch noch eine Hitzequelle dazu, verstärke ich natürlich die Temperaturen in dem Schaltschrank. Und dann komme ich irgendwann in Bereiche, wo ich dann natürlich auch über aktive Kühlung meine Schranktemperaturen wieder verbessern kann. So, dann können wir einsteigen in die Praxis. Wir haben hier einen Versuchsaufbau. Das ist ein Kompaktgehäuse, letztendlich relativ ähnlich zu Schränken in der Industrie, im Kompaktbereich. Hier ist noch relativ wenig drin, aber wie gesagt, das sind 600 mal 600 Schrank. Wir haben dann einen vergleichbar großen Rahmen eingesetzt, der passend für dieses Schranksystem fungiert. Wir haben hier eine Leistungsaufnahme von dem Schaltschrank von 110 Watt. Wir haben hier verschiedene Heizwiderstände integriert, die uns diese hohen Temperaturen und die Leistung quasi simulieren können. Und wir haben da oben natürlich auch noch das Netzgerät, das auch noch eine gewisse Leistung in den Schrank integriert. Wir haben in den Rahmen hier hinten Lüfter integriert, die einen Luftvolumenstrom von 110 Kubik erzeugen können. Und wir können in dieser Klimakammer den Temperaturbereich auch von der Umgebung außenrum simulieren, indem wir quasi zuheizen oder auch klimatisieren können. Wir haben drei Messungen, ich schalte mich jetzt mal kurz weg. Wir haben hier drei Messungen gemacht. Einmal ohne Verblockung, also so wie der Rahmen gerade relativ nackt aussieht, sind dann in den Verblockungsbereich, wie man später sehen kann. Und gegen später zeige ich Ihnen dann auch noch einen Vergleichsaufbau zwischen einer Montageplatte und einem ersten Kompaktrahmen direkt in der Industrie bei einem Kunden vor Ort. Hier sieht man jetzt mal schön in dem Messlabor, wie wir gearbeitet haben. Also ich kann hier den Raum schön klimatisieren. Ich habe hier draußen mein Messgerät stehen mit den verschiedenen Temperaturfüllern, die zum einen im Inneren des Schrankes platziert worden sind und natürlich auch im äußeren Bereich. Und ich kann hier meine Heizwiderstände, also meine Leistungskomponenten, Leistungsträger einzeln zuschalten. Und ich kann hier auch die Lüfter einzeln oder auch gesamt zuschalten. So, dann komme ich jetzt auch wieder ins Bild. Wir haben, bevor wir in die Praxismessung gegangen sind, aber erstmal theoretisch den Schaltschränk betrachtet, haben in unserem Airtemp hier die Geometrie des Schrankes und des Rahmens eingegeben, haben dann auch das Thema freie Kühlung ausgewählt im ersten Step, weil wir erstmal wissen wollten, was passiert denn eigentlich in dem Schaltschränk, bevor ich hier mit Lüftern arbeite. Wir haben die Verlustleistung auf die drei Ebenen eingeteilt, haben eine Umgebungstemperatur von 30 Grad gewählt mit einem Gleichzeitigkeit von 1, also wir haben hier die 110 Watt Verlustleistung. Und dadurch, dass die Messungen oben in Sindelfingen stattgefunden haben, an der Universität, haben wir hier auch eine geometrische Höhe von 500 Meter eingegeben. Hier sieht man dann schön den Hotspot-Bereich von 61 Grad, das war die höchste Temperatur, die wir in dem Schaltschrank erzeugt werden, welcher erzeugt werden würde, theoretisch gerechnet. Und hier auch die Schichtung, also man hat hier dann wirklich einen Luftbereich von ca. 16 Kelvin. Hier hat sich das Ganze in der Messung geäußert. Hier sieht man jetzt mal schön, die Praxismessung, es dauert natürlich eine gewisse Zeit, bis der Schrank sich erwärmt hat, bis der Raum sich dann auch entsprechend erwärmt hat. Von daher ist diese Kurve am Anfang relativ lang, bis sie sich dann eingependelt hat. Was aber auch passiert, in dem Schaltschrank sieht man jetzt hier schon auf der rechten Seite, also hier wird gleich der Lüfter eingeschaltet. Und hier sieht man dann auch relativ schön, wie sich die Messergebnisse verändern. Da muss man jetzt dazu sagen, dass wir Temperaturen im Hotspot-Bereich direkt über so einem Heizwiderstand von 94 Grad hatten. Sonst schaltet man den Lüfter ein. Und jetzt sieht man relativ schnell, wie dann auch die Kurve sich verhält, dass wir dann eine Homogenisierung in dem Schaltschrank hinkriegen. Die Temperaturen, die auf der rechten Seite unten mit den 31, 32 Grad sind, das war außerhalb von dem Schaltschrank. Aber wichtig sind ja die Temperaturen in dem Schaltschrank. Wir kriegen hier dann annähernd ein homogenes Klima hin, weil sich einfach die Luft in dem gesamten Schaltschrank durchmischt. Das ganze Thema haben wir dann auch wieder in der Theorie betrachtet. Mit dem Airtemp haben wir dann den Airblower hier oben zugeschaltet. Hier sieht man es jetzt ganz schön. Und den Airblower eingeschaltet. Wir haben hier dann noch die Leistungsaufnahme der Lüfter plus den Luftvolumenstrom eingegeben. Und das Schöne ist, auch hier kommen wir wieder annähernd in der theoretischen Betrachtung an die Werte ran, die wir vorher auch in unserer Messreihe gesehen haben. Also wir haben dann auch hier in dem Bereich eine Temperatur im Inneren von 45 Grad. Im nächsten Step haben wir das ganze Thema dann noch ein bisschen mehr ins Detail betrachtet. Wir haben dann angefangen, den Luftvolumenstrom oder den Luftraum zu verblocken, was natürlich auch die Realität widerspiegeln soll. Wir haben im hinteren Bereich hier ganz viele Einzeladern eingelegt, die einfach mehr den hinteren Vertratungsraum schon blockieren sollen. Zum anderen haben wir aber dann auch hier vorne Komponenten platziert, also Gehäusekörper platziert, die einfach diesen Luftvolumenstrom im vorderen Komponentenbereich auch blockieren sollen. Und wollten damit simulieren, was passiert denn eigentlich, wenn ich weniger oder wenn mein Luftvolumenstrom gestört werden könnte. Wie sich das Ganze äußert, sieht man dann schön hier. Wir haben hier dann den Temperaturverlauf, der ist relativ ähnlich zum vorigen Aufbau. Was wir aber jetzt hier gemacht haben, und da möchte ich jetzt gleich ins Detail gehen. Wir haben dann die Lüfter einzeln zugeschaltet. Das sieht man dann hier schön. Das ist dann etwas im Zert. Und das zeigt dann schon, dass ich hier bei dem Zuschalten von den Lüftern hier schon ein deutlich besseres Klima erzeugen kann. Aber ich brauche einen gewissen Luftvolumenstrom. Also mit dem einen Lüfter hat es zwar eine Optimierung gegeben, aber ich habe hier noch eine relativ große Dispanz zwischen den einzelnen Luftschichten. Und sobald wir dann den dritten Lüfter zugeschaltet hatten, sieht man hier wieder, kann man wieder annähern, dann dieses homogene Klima. Und wir haben dann in dem Moment sogar auch diesen Hotspot-Bereich hier oben, wo wir bei 95 Grad waren, direkt über so einem Heizwiderstand. Und letztendlich ist das ja eigentlich der Knackpunkt, dass es ja immer direkt heiß, direkt an den Komponenten wird, haben wir hier relativ gut reduzieren können. Und das war alles nur einfach durch das Umwälzen der Luft in dem Schrank des Inneren. Im nächsten Bereich haben wir dann in der Industrie direkt vor Ort bei einem Kunden eine Messung gemacht. Hier handelt es sich um einmal den Aufbau mit einer Montageplatte. Dann hat man den ganzen Aufbau auch nochmal identisch gemacht mit dem Airstream. Die Komponenten, die verbaut worden sind, sind vergleichbar. Auch die Verlustleistung ist vergleichbar. Wir haben nur hier angefangen im Airstream, die Komponenten, die sensibler sind, in den unteren Bereich zu integrieren. Und im oberen Bereich sind dann so Sachen wie Klemmen oder auch die Sicherung oder auch die Steckdosen, die im Endeffekt jetzt ja keine sensiblen Komponenten sind. Weil die warme Luft näher nach oben steigt, hat man hier dann schon angefangen, den Schwank weiter zu optimieren. Man muss dazu sagen, hier war ein Lüfter auf der Montageplattenseite. Dieser Lüfter hat auch Auswirkungen auf die Messergebnisse. Sie sieht man aber gleich, das wird ganz interessant. Und ja, ich denke, dann schauen wir uns doch mal an, wie sich diese Messung verhalten hat. Hier sehen wir jetzt den Vergleich, Montageplatte wieder zu Airstream. Ganz interessant ist, ich schalte mich mal nur kurz raus, dass man auch unten alles lesen kann. Ganz interessant ist, wir haben hier eine höhere Luftschichtung. Also hier in dem Bereich, klar, da waren die Komponenten auch noch etwas anders, direkt teilweise unterm Dach platziert im Vergleich zum Airstream. Also hier haben wir doch eine deutlich entspannendere Luftschichtung schon in dem Aufbau. Und hier sieht man dann auch, in dem Moment, wo der Lüfter zuschaltet und Frischluft in den Schaltschrank hineingebracht hat, hat es hier auch schon zu einer Optimierung gesorgt. Aber hat natürlich das Thema, ich muss meine Filtermatten tauschen oder wenn die verschmutzt sind, habe ich in dem Moment eventuell das Problem, dass ich hier auch wieder in den Hotspot-Bereich oder in den zu hohen Schranktemperaturen geraten könnte. Wie gesagt, bei dem Airstream-Aufbau ist es jetzt bisher noch ohne Lüfter. Also wie gesagt, das ist dann das Ziel, in Zukunft dann hier auch nochmal weitere Messungen zu machen, um das Thema mit den Lüftern weiter zu optimieren oder auch die Schaltschränke dort vor Ort weiter zu optimieren. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall mal hier schon ein deutlicher Unterschied erkennbar. Thema Nachhaltigkeit. Letztendlich kommen wir jetzt schon Richtung Ende der Präsentation. Ich denke, aktuell gibt es viele traurige Themen, auch wenn man hört, was in der Ukraine gerade passiert. Parallel läuft nach wie vor Satzwei an das Thema Corona. Und in den Hintergrund geraten ist auch ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit. Wobei auch vor kurzem wieder kam, dass die Treibhausgase letztes Jahr so hoch waren wie noch nie. Also sprich, wir sind alle angehalten, auch für unsere Nachkommen was zu tun. Und für mich war immer wichtig, irgendwie greifbar zu machen, was ist eine Tonne CO2. Und letztendlich hier sieht man auch mal in der Arktis, jede Tonne CO2, die wir produzieren, zerstört circa drei Quadratmeter Lebensfläche von den Polarbären. Und ja, das sagt mir, wir müssen was tun. Wir versuchen das zu unterstützen. Wir bringen auch mit unseren neuen Produktideen mehr und mehr eine Optimierung in die Schaltschränke. Und versuchen das natürlich auch zu kommunizieren, dass man hier was machen muss. Und letztendlich, was tun für den eigenen Fußabdruck? Durch dieses Thema, ich muss regelmäßig klimatisieren. Heißt es auf der einen Seite, ich brauche natürlich viele aktive Kühlmedien, die oft sehr überdimensioniert eingesetzt werden. Was auf den Kältemitteleinsatz natürlich auch sich auswirkt. Weil Kältemittel ist jetzt auch nicht sehr nachhaltig, hat auch einen sehr hohen grauen Energiebedarf. Was den Vorteil bringt, ich muss die Komponenten vor Ort seltener wechseln, weil ich versuche durch dieses homogene Klima in den Schaltschränken einfach eine gleichbleibende Temperatur zu schaffen. Also der Hitzestress von den Komponenten mit warm, kalt, warm, kalt wird deutlich entspannt. Und auch die Kombination mit dem Einsatz von Airploren kann ich halt diese und im aktiven Kühlmedium kann ich auch nachhaltig das Thema Energie einsparen und vielleicht halt auch CO2 einsparen. Das muss ja auch das Ziel sein. Und genau deshalb forschen wir auch einen neuen Lüfter-Varianten mit dem Airplore. Zusammengefasst kann man sagen, wir haben die Möglichkeit, durch das homogene Klima die Hotspot-Bereiche zu reduzieren und zu verringern. Dadurch die Ausfallzeiten von den Anlagen deutlich reduzieren. Wir haben weniger Hitze-Stress an den Bauteilen, weil einfach das Klima gleichbleibender ist. Und ich jetzt nicht hohe Temperaturschwankungen. Man sagt ja immer so, 10 Kelvin Temperaturschwankungen an der Komponente verringert die Lebenszeit um 50%. Auch die Instandhaltungszyklen kann man dadurch viel besser überwachen in der Zukunft. Und natürlich auch reduzieren, wenn ich eine Anlage habe, die einfach deutlich verlässlicher läuft. Und dadurch natürlich auch die Austauschintervalle von Komponenten reduzieren. Also das ist ja auch ressourcensparend. Im unteren Bereich sieht man noch das Taktverhalten von den Klimageräten oder von den Wärmetauschern, also von der aktiven Kühltechnik. Dass man versucht, das Taktverhalten zu verbessern, zu optimieren und somit Energie und CO2 einzusparen. Woran arbeiten wir gerade? An der neuen Lüfterbank für Kompaktschränke. Wir sind weiter auch interessiert an dem Thema Praxismessungen vor Ort, um einfach hier auch unsere Produkte in der Zukunft weiter zu verbessern und Hilfestellung zu leisten. Und auch das Thema bedarfsgerechte Kühlung, das Zusammenspiel zwischen Aktiv- und Passivverkühlung weiter zu optimieren. Weil letztendlich, wir wissen alle, es geht ohne aktive Kühlmedien nicht. Das ist auch gar nicht unser Ziel, darauf zu verzichten, sondern eher, wie kann man es weiter optimieren und hier nachhaltig eine Lösung schaffen. Ja, dann komme ich auch schon zum Ende. Da will ich nur ein bisschen Werbung machen in eigener Sache. Das Vertragungssystem wird, wie schon angesprochen, 50 Jahre alt dieses Jahr. Damit haben wir eine Vortragsreihe geplant, den Safe Energy Day, wo wir mit Partnern, Kunden und auch von internen Kollegen über das Thema Energieeinsparung und Nachhaltigkeit referieren und diskutieren wollen. Es wird eine spannende Veranstaltung, geht den ganzen Tag über mit einer Art Webinarreihe, Podiumsdiskussionen und Berichten aus der Realität. Wie gesagt, mit dem QR-Code kann man sich direkt mit verlinken und auch anmelden. Ja, das war es so von meiner Seite. Ich hoffe, es war spannend. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuhören und wünsche auch alles Gute. Bleiben Sie gesund und noch einen schönen Tag. Also ganz am Ende sind wir noch nicht. Jetzt kommt noch die Live-Q&A-Session, wofür auch schon Fragen reingekommen sind. Die erste Frage, die reinkam, ist eine konkretere Frage gleich. Sie setzen die Geräte in der Höhe dichter zusammen, da keine Kabelkanäle benötigt werden. Dadurch kommt die Abwärme eines Gerätes ungehindert und näher zum drüberliegenden Gerät und heizt dieses mehr auf. Wie fangen Sie diesen Umstand auf? Genau, also das erste Bild, wo man gesehen hat, war vielleicht, wo wir diese Platzersparnis verdeutlichen wollten. Das Ziel ist natürlich auch, die Komponenten etwas zu entzerren, wenn ich mehr Platz habe. Dadurch kann die Luft halt auch an den Komponenten direkt vorbeiströmen. Also ich kann hier den Platz halt einfach besser ausnutzen. Aber dadurch, dass auch die Abstände zwischen den Komponenten mit unserem Vertragungssystem eingehalten werden, also auch diesen Abstand von den 50 mm, kann die Luft auch da gut um die Komponenten drum herum strömen. Also auch diese Messungen haben wir immer wieder gemacht und immer auch erfolgreich. Okay, perfekt. Vielen Dank. Die nächste Frage, du hattest ja schon viel über die Zukunftsaussichten von der Kompaktreihe geredet und dass da auch Lüfterbänke integriert werden sollen. Sind denn schon Lüfter für die Kompaktreihe verfügbar? Also verfügbar sind sie leider noch nicht. Wie gesagt, die müssen jetzt natürlich auch erst fertig entwickelt werden. Wir arbeiten da mit Hochdruck dran. Und das Ziel wäre auch jetzt wirklich im kommenden Jahr hier noch eine Lösung zu präsentieren. Jeder weiß, Zertifizierungen dauert sehr, sehr lange und kostet viel Zeit. Und das hängt halt davon auch ab, wie schnell wir marktfähig sind. Und Materialbeschaffung kommt natürlich auch noch dazu in der heutigen Zeit. Vielen Dank. Jetzt zwei Fragen kamen rein zur Montage. Die erste wäre, gibt es Voraussetzungen, die ein Schaltstrang stellen muss, damit man die kompakten Kühllösungen von Lütze in den Schrank integrieren kann? In erster Linie ist es wichtig, dass das Vertragungssystem integriert ist, weil diese ganzen Lüfter-Varianten gehen nur mit dem Vertragungssystem. Und entsprechend bei den großen Schränken haben wir ja schon den Airblower. Da hängt es dann halt einfach auch von der Tiefe ab. Da kann man die auch nachträglich nachrüsten, das geht. Bei den Kompaktschränken soll es natürlich auch eine Lösung geben, die ich nachträglich integrieren kann. Und da ist dann auch wieder wichtig, dass ich halt mit den entsprechenden Stützern in der Tiefe dann arbeite, dass die dann integriert werden können. Okay, vielen Dank. Dann wie gesagt noch eine Frage zur Montage. Kann der Einbau der Kühllösung auch ohne externe Hilfe stattfinden? Ja, also letztendlich kann jeder Elektriker die nachträglich einhängen, also nach einhängen und dann entsprechend mit unserer Regeleinheit koppeln und dann kann die in Betrieb genommen werden. Also es ist eine nachträgliche Lösung. Okay, vielen Dank. Dann die nächste Frage. Was hat die Reduktion von Kältemitteln mit dem Klima zu tun? Spannendes Thema, ja. Das Kältemittel an sich wird ja benötigt, um einfach den Temperaturaustausch zwischen innen und außen zu gewährleisten. Und das Kältemittel, ich habe es vorhin glaube ich schon mal angesprochen, hat sehr viel graue Energie. Also sprich, das Kältemittel ist sehr, sehr giftig und würde das jetzt zum Beispiel in einem Schadenfall auslaufen, aus einem Kühlmedium oder würde das irgendwann verschrottet und man schmeißt es einfach nur auf den Müll und würde das jetzt nicht entsorgen, kann schon ein, also ein Kilo Kältemittel erzeugt, circa eine Tonne CO2 durch das Verdampfen, durch die Schadstoffe. Also von daher hat es einen relativ schlechten Fußabdruck. Okay, dann die nächste Frage, die kam relativ am Anfang rein. Wo sind die Unterschiede bei den kompakten Lösungen zu den normalen Kühllösungen von Lütze? Wird hier doch die verringerte Größe auch auf Performance verzichtet? Puh, gute Frage. Also letztendlich ist es eine Erweiterung mit den Lüftervarianten. Ich muss halt wirklich unterscheiden zwischen den großen und kleinen Lüftern. Mit den großen Lüftern kann ich halt viel mehr Luftvolumen erzeugen. Für große Schränke, für die kleineren Schränke muss ich halt einfach in der Einbautiefe mit kleineren Lüftern arbeiten. Ich denke, es ist eine Optimierung, aber es ist nichts, wo ich sage, ich fahre schlechter oder mache da irgendwas kaputt. Okay, vielen Dank. Dann ist die Frage hoffentlich auch beantwortet. Die nächste, die reinkam. Hier. Was kann man bereits bei der Auswahl eines Schaltschranks beachten, damit die Klimatisierung vereinfacht wird? Im Endeffekt fängt man ja an, schon im Voraus eine theoretische Betrachtung zu machen von einem Schaltschrank. Ich weiß, wie viel Leistung, oder ich sollte wissen, wie hoch ist meine Leistungsaufnahme von einem Schaltschrank. Und dementsprechend fange ich ja an, auch meine Kühlmedien auszuwählen. Da stellt sich halt dann natürlich die Frage, ab welchem Bereich brauche ich dann eine gewisse aktive Kühllösung. Und davor kann ich ja dann schon im passiven Bereich relativ viel machen. Und dann ist natürlich der nächste Step, gehe ich wirklich in den Bereich, dass ich jetzt hier ein sehr großes Kühlmedium einsetze oder eher ein reduzierteres. Und zum Beispiel mit dieser Lüfterlösung in Kombination einfach hier eine nachhaltige Lösung schaffe. Dass das aktive Kühlmedium seltener taktet. Und in erster Linie mal über die passive Kühlung ich ein homogenes Klima habe und dann nur aktiv immer wieder mal Kälteleistung reinbringe. Okay, vielen Dank. Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage und die ist, können wir Sie mit einer Messreihe beauftragen? Ja, gerne, jederzeit. Also wie gesagt, wir machen das ja auch in Kooperation mit den Kollegen von der ETG, von der Uni. Und dann kommen wir vorbei, machen da entsprechende Messungen. Letztendlich finanzieren wir auch mit den Messungen weitere Projekte an der Universität. Also von daher, das ist auch von den Kosten her relativ überschaubar. Aber dadurch kaufen wir dann auch neues Messequipment und da geht es einfach Kontakt mit uns aufnehmen. Und dann finden wir da schon Möglichkeiten, dass wir dann auch Referenzmessungen machen können. Okay, vielen Dank auch für die Antwort. Ich hoffe, damit sind erst mal alle Fragen beantwortet. Sollten Sie noch weitere Fragen haben oder wie eben gesagt, sich in Kontakt setzen wollen mit dem Michael, finden Sie unterhalb von dem Vortrag seine Kontaktdaten. Da können Sie ihm eine E-Mail schreiben und sich mit ihm in Kontakt setzen. Vielen Dank an dich, Michael, für den spannenden Vortrag erst mal. Und vielen Dank an Sie, liebe Zuschauer, fürs Zuhören. Ich wünsche noch viel Spaß auf der restlichen Industry Forward Expo. Alles Gute, vielen Dank. Vielen Dank.